Sie sehen einen Videofilm aus dem Programm der DEA Mediathek der Deutschen Verkehrswacht. Also, dass man hier nur schreiten darf, ist heute für einen Schmarrn. So was erzählen Sie hoffentlich nicht den Fahrschülern. Wir fahren zurück. Nehmen wir nichts. Tu deine Hand weg! Ich trink nichts. Hey, Kumpel, wir wollen mit dir anstoßen. Ja, ich will noch Auto fahren. Lassi, Babys muss man trocken halten. Prost auf den Schein. Auf dass wir von Flensburger Nachstellungen verschont bleiben. Amen. Auf was wartest du, Mann? Druck drauf, du redest viel. Alles frei. Das Gasplan ist vorne rechts. Nein! Wenn ihr jetzt nicht sofort aufhört, steige ich auf! Ja! Ihr fährt! Möchtest du vielleicht, dass wir dich ablösen? Halt einfach das Maul, ja! Vorsicht! Vielleicht solltest du beim Meister Vepid doch noch ein paar Zusatzstunden nehmen. Ja, ja, ja. Wäre komisch. Baut schnell! 40! Das war ein Schwachsinn, ey! Der traut sich fast zu klein. Hey, Vorsicht! Nein! 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 Wussten Sie, dass die Todesursache Nummer eins bei den 18- bis 25-jährigen der Tod im Straßenverkehr ist? Da spielen viele Faktoren zusammen. Mangelnde Erfahrung, Freude am Risiko, das Imponieren oder wie in unserem gezeigten Fall, die Angst des Anfängers sich zu blamieren. Wir wollen alle noch ein bisschen unser Leben genießen. Darum mein Appell an Sie. Fahren Sie defensive. Das geht auch mit einem schnellen Auto. Fair, sicher und gelassen.